boah 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 den hab ich mir geil geholt oder leute dafür kann man doch schon mal einen daumen hoch geben und den auch ey komm für diese zwei kills ein schön däumchen ich bin der leiter der daumen geile svenny so der kriegt noch ein handy rein nein und ich krieg auch noch ein handy rein findet ihr überhaupt meine audio qualität in ordnung lasst es mich mal wissen also ich werde mir jetzt nicht extra 8 prozent ja ich hätte mir nicht ein extra mikro kaufen aber mal nur so als feedback ich denke das ganz okay dass der logitech g35 hat ein gutes mikro glück update leben ich brauche leben dazu boah das war jetzt aber auch noch mal richtig knapp wie sie einfach immer nur in der ecke da warten bis einer hervorkommt ok schön auch kommen den hätte ich gehabt da wäre der nicht dazu gekommen endlich wochenende endlich meine letzte mathearbeit für dieses halbjahr das hasse ich ne ich hasse es so ich nehme mal die a e k mit ja das ding das geht ab so kenne ich diese waffe da war einer ich habe gesehen besser auf dem boden bleiben jetzt ist hier aber echt sporn gebäschel angesagt was ey komm ey man mann 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 ey mein aim lässt ein bisschen zu wünschen übrig okay bisschen hausverteidigender schön ich finde bei battlefield 3 regt man sich extrem nicht so aufwärts wie ihn bleibt doch einfach länger liegen bleibt doch einfach länger liegen ist das einfach nur ist das einfach nur ah geil nein 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 oh man 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 geht schnell voran pirschen hier waren zwei leute schön wow ich bin gar nicht konzentriert wow auf glück einfach schießen losgelassen boh 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 nein 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 auch scheiße okay ich denke die runde war ganz ansehlich ich komme echt wieder rein ins spiel das muss man also sagen vor allem mit meinen schönen zwei lieblingswerfen m16 und aek warum schon ja genau so wollte ich nein nein ich habe irgendwas durchsetzt gehört leute ich habe es gehört denke mal dass es ein zweierpart wird aufgrund meiner netten leitung ich guck mal wie ich das so mit der leitung vielleicht kriegt eine bessere aber das steht alles noch nicht fest das ist nur so eine idee jetzt haben wir es glaube ich 11 uhr die eiker haut so rein na wo kommt der denn bitte schön her 1 zu 5 habe ich gegen den als sie hätte ist gut der typ der ist echt gut wo es sei bei lappen boh 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 vielleicht das ist ein gegner okay okay jawoll das war es endlich mal wieder eine lange runde eine lange schöne runde battlefield 38 zu 22 ja okay lässt sich angucken ich würde sagen wenn es euch gefallen hat gebt mir noch ein bisschen feedback oder so und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video leute haut rein